Hey, willkommen zu einer neuen Folge Dying Light 2 und ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ja, wir sind jetzt wieder hier bei dem Schiff halt und ja, wir machen jetzt gerade die Nebenzone hier. Aber wir warten, dass ich direkt oben noch eine neue Nebenzone, glaube ich, die wahrnehmen können. Du kannst damit aufhören. Mir geht's gut. LaWan? Was ist? Wo bist du? LaWan? LaWan? Ach, scheiße. Hey, Aiden. Hast du einen Moment? Na, warte mal. Hier ist was. Okay, ich würde sagen, das nehmen wir aber auch mal an. Der Deserteur. Okay, warte, dann sehe ich unten, glaube ich, noch was. Ah, das ist das mit dem Brief, oder? Die ist ja neben hier unten. Ja, das hier, glaube ich, verfolgen. Das ist wirklich das hier unten. Wir haben eh ein paar Sachen, die wir hier machen können. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Ich habe mir ständig Sorgen gemacht, dass du... Hey, bist du Lyons Frau? Ja, Kyra. Wie kann ich helfen? Am WNC Tower war ich auf einer Mission und traf deinen Mann. Ich kam her, weil... Nein. Psst. Psst. Ich wollte, dass du... Sag nichts. Ich weiß, dass du der Pilger bist. Es tut mir so leid. Ein toller Mann. Er wollte, dass ich dir diesen Brief gebe. Danke. So also endet die Geschichte von Trupp 404. Trupp 404? Den kennst du nicht. Die waren eine Legende. Sie halfen Frank aus dem WNC-Turm zu holen. Sie verteidigten die Missy als die infizierten Eingrangen. Sie waren Vorbilder für jeden PK. Und an diesem Punkt sollten wir ihr Andenken ehren. Woher kennst du den Trupp 404 so gut? Ich war ihr Funke. Ich hörte die letzten Schläge, die sie trafen. Und ihre letzten Worte. Ich höre sie noch immer. In meinen Träumen. Aber das ist gut so, weißt du? Denn wir dürfen sie nicht vergessen. Und das hier. Die PKs sollten hier ihr Andenken ehren, so wie für die anderen Gefallenen. Natürlich. Sie zu ehren ist unsere Pflicht. Pilger. Darf ich dich um etwas bitten? Hilfst du mir? Hilfst du mir, alle Erkennungsmarken des Trupps 404 einzusammeln? Ich sehe, was ich tun kann. Vielen Dank. Einige hast du bereits getroffen. Wirtzbovsky, Chris und Lieutenant Rowe. Im WNC-Turm. Ich habe bereits die Erkennungsmarken der Männer vom WNC-Turm. Für den Rest des Trupps sind hier die Aktionsberichte. Du weißt, was zu tun ist. Ich bin sicher, die Brüder und die Schwester wären gern wieder vereint. Okay, dann haben wir die Quäste abgeschlossen. Und... Okay, dann haben wir ein paar Zettel. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal alles an, oder? Okay. Warte, wo genau ist denn das überhaupt? Aber nicht über dem Schiff, oder? Ah, hier ist was? Okay, die anderen sehe ich jetzt gar nicht wirklich. Das sind diese Kuriermissionen da. Okay, es ist eigentlich erstmal egal. Und dann würde ich sagen, wir... Machen diese andere Missionen weiter. So, verfolgen. Und... Das ist irgendwo hier. Also erstmal hier runter. Okay, dann erstmal das Schlosseknoten. Okay, sehen wir was drin. Okay, das ist leer und schön. Das ist eine falsche Bewegung. Und ich spieße dich auf wie ein Spanferkel. Du? Du bist also ein Dieb. Was ist das? Raus mit der Sprache. Leck mich. Das ist meine Wohnung. Verzieh dich, ehe ich die Wache rufe. Tu dir keinen Zwang an. Die Wache interessiert sich sicher auch für dein Gift. Du hast Josh also gefunden. Und er hat dir erzählt, ich wollte ihn vergiften. Hm? Und dass du im Moment einen Mann aus dem Bazar betrügst, um an seinen Laden und sein Geld zu kommen. War es nicht so? Aber mit dem Töten kennst du dich natürlich aus, oder? Hey, wir müssen alle irgendwie überleben. Wenn ich mich von Kerlen mit Geld überhäufen lasse und sie mich mit Geld überhäufen wollen, dann haben beide Seiten was davon, oder? Aber getötet habe ich noch nie. Niemals. Warum sollte ich dir glauben? Du glaubst einem Säufer. Warum nicht auch mir? Hey, das ist doch noch nicht alles. Vier Männer sind tot. Und sie waren alle mit dir zusammen. Warum sollte ich sie getötet haben? Und nicht das Virus? Oder die Zombies? Schau du Frischling. Das hier ist Medizin. Meine Mutter war Sani. Die hat mir einiges beigebracht. Aufmachen! Was geht da drin vor sich? Versteck das alles. Schnell! Ja, wir sollten es eigentlich sagen, oder? Helena hat vier Leute getötet. Und zwar mit diesem Gift. Das ist kein Gift. Schau doch hin. Frag Barbara, die Seuchenhexe. Sie hat einen Laden auf der Insel St. Paul. Sie wird dir sagen, dass ich nicht lüge. Diese Schwindlerin? Tja, wenn das deine Kronzeugin ist, dann stirbst du morgen. Danke, Aiden. Das Miststück hat bekommen, was es verdient. Wie hast du deinen Vater überzeugt, die Wachen zu rufen? Leicht war es nicht. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, ob ich dir trauen kann. Ich habe nichts, was ich dir sonst noch geben könnte. Aber ich rede mit meinem Vater. Du bist sicher sehr willkommen in seinem Laden. Okay, hier ist der abgeschlossen. Ich hoffe nur, dass es da wirklich Gift war. Aber ich denke mal schon irgendwie. Okay. Dann haben wir das auch fertig. Und zwei Sachen haben wir noch. Ah, warte, sieh hier. Das, äh... Okay, dann müssen wir nach Details fragen. Und die Storms sind auch noch hier. Das können wir auch direkt noch weitermachen. Aiden, komm her. Hallo, Maya. Suchst du jemanden? Ach, Aiden. Du kommst gerade recht. Ja. Einer meiner Männer hat seinen Posten verlassen. Klingt schlimm. Klingt schlimm. Wer war es? Das macht mich ja so stinkig. Ein Freund. Der Typ heißt Bart. Vielleicht ist es meine Schuld. Ich weiß, er hatte es schwer hier. Ich wollte ihn beschützen. War wohl nicht genug. Beschützen? Vor wem? Den anderen Soldaten. Die... haben ein Problem mit ihm. Das da wäre? Ihr Problem. Nicht Bart. Glaubt mir, ich weiß, wie es ist, ein Außenseiter oder eine Frau zu sein in dieser verkrusteten Militärkultur. Aber hier ist mein Problem. Die Satiren. Darauf steht allein schon die Todesstrafe. Aber was er mitgenommen hat, könnte zudem gute Männer das Leben kosten. Was hat er gestohlen? Nennen wir es eine K. Mehr kann ich dir nicht sagen. Der Rest ist geheim. Und du musst es nicht wissen. Ich soll ihn für dich aufspüren? Ja. In all dem Schlamassel habe ich dafür einfach keine Leute frei. Aber ich brauche diese Karte zurück. Na schön. Ich hole dir die Karte. Aber was ist mit Bart? Wenn du mir die Karte wiederbringst, sag mir einfach, wo er ist. Und überlass mir den Rest. Das ist meine Aufgabe. Gut, wo fange ich an zu suchen? Versuch's mit seinem Schlafplatz. Im Quartier. Einen Stock über uns. Kann ich jemanden nach Bart fragen? Klar. Er war ziemlich bekannt. Ob ihm das gefallen hat oder nicht. Er war bei den neuen Rekruten beliebt. Frag mal Matteo. Er hängt meistens in der Waffenkammer rum. Und da wäre noch Magda. Hat nie ein gutes Wort über Bart verloren. Aber auch über niemand anderen. Sie arbeitet im Lazarett. Einen Stock höher. Schön. Weiß ich Bescheid. Viel Glück, Eden. Okay. Also erst müssen wir uns ein paar Leute befrauen. Okay, hier ist es durch wir. Süße, süße Killer. Hey, bist du Matteo? Wir haben uns schon gesehen. New Dawn Park. Du hast nach Lieutenant Rowe gesucht. Und mich vor den Abtrünnigen gerettet. Oh ja, stimmt. Hör zu, Matteo. Meier hat mich geschickt. Ich suche Bart. Bart? Äh, danke, dass du mich gerettet hast und so, aber... Bei Bart kann ich dir nicht helfen. Ich will nur... Nein, sorry. Ich hab ihn ohnehin schon ewig nicht gesehen. Frag mal Garrett. Ich hab gesehen, wie er Richtung Kaserne gelaufen ist. Mein Gott. Okay, okay, ich geh ja schon. Okay, also... Da oben noch irgendwie. Warte mal, dann gehen wir mal hier nach hinten. Du hast hier nichts zu suchen. Kann ich dich was fragen? Na gut. Aber dann verzieh dich, bevor wir beide Schwierigkeiten kriegen. Ja, ich suche einen Typen. Bart. Kennst du ihn? Na klar. Ist berühmt. Aber nicht auf die gute Art. Hat er sich in letzter Zeit verdächtig benommen oder so? Weiß nicht. Hab ihn nie getroffen. Bin erst heute hier angekommen. Ah, na gut. Danke. Ja, Mann. Hoffe, du findest ihn. Mir wäre lieber, wenn ich mit dem zusammen nicht in der Koje liegen muss. Aha. Ich suche Walter. Warte mal, ist der Video überhaupt jetzt richtig? Okay, warte mal, hier ist zu. Und da wahrscheinlich auch. Also, ich suche einen Typen, Bart. Hast du ihn gesehen? Leider nicht, mein Sohn. Und ich bin echt tief enttäuscht. Warum das? Hat ein gutes Herz, gute Seele. Bisschen auf verlorenen Posten hier, um ehrlich zu sein. War etwa ein Jahr hier bei uns. War ganz anders als die typischen Militärneandertaler hier. Er war gütig, aber nicht schwach. Ging gegen Despoten vor. Egal, ob die es auf ihn oder auf jüngere Rekruten abgesehen hatten. Hab gesehen, wie er aufs Maul gekriegt hat, als er für die Frischlinge eingetreten ist. Aber dann... Hättet ihr erst mal die anderen sehen sollen. Die ganze Schikane ist echt weniger geworden, seit Bart da ist. Gibt's ein verrücktes Gerücht über Bart hier, das Maya komplett auf die Palme bringt. Aber ich glaub das nicht. Bart würde niemals austicken. Ist einfach nicht seine Art. Wenn du ihn findest, wird er dir bestimmt eine vernünftige Erklärung dafür geben. Wenn ich ihn finde. Na, seine Kurier ist da drüben. Schau mal nach. Vielleicht findest du was, was dir weiterhilft. Gute Idee. Danke. Dann ist man wieder hier raus. Warte, komm ich da sonst irgendwie nach oben? Warte mal, kann ich irgendwas machen? Ja, warte mal hier, oder? Ah, da sind die Zettel. Okay, eine Zeichnung. Warte mal, hier waren wir doch vorhin, oder nicht? Hm, weißt du was hierüber? Nicht wirklich, aber ziemlich gut. Gute Kreidetechnik, wenn du mich fragst. Wer hat das gezeichnet? Kann ich dir nicht sagen. Ich hab Bart im letzten Jahr immer mal wieder mit solchen Bildern gesehen. Aber soweit ich weiß, hat er selbst keine Kinder. Ach, die Kinder. Meine sind schon erwachsen. Und nicht alle sind noch im Leben. Leider. Aber ich erinnere mich, wie jung und glücklich sie waren. Die haben immer gezeichnet. Wir haben kistenweise Buntstifte verbraucht. Das Kind, das das gemalt hat, das ist ein glückliches Kind. Aber wenn Bart keine Kinder hat, woher hat er es dann? Vermutlich ein Kind von einem Freund oder so. Er mochte alle. Hier, da, überall, außer du warst ein fieser Tyrann. Das hilft mir nicht weiter. Was mache ich jetzt? Frag mal das Dach, bei der Kantine drüben. Ich hab die zwei ein paar Mal zusammen gesehen. Bart half ihm, als er in der Klemme steckte. Der hat vielen geholfen. Danke, ich rede mit das Dach. Danke, warte, dann müssen wir das mal wieder runter. Warte mal, ich schau mal. Ah, warte, wir haben sogar noch ein paar Kuh. Fertig jetzt Punkt. Ah, das wäre geil. Das hole ich einfach mal. Okay, dann, warte, was ist denn das hier unten dann? Ah, da kann man auf so einer Wand laufen oder so. Das ist geil. Okay, warte mal. Ich würde sagen, ich schau mal kurz hier rein. Das ist ja die Mission. Dann haben wir die drei Sachen da bekommen. Warte, und das ist ja, ja stimmt, das ist die Story Mission. Warte, wo müssen wir das genau hin? Achso, warte, das ist Buchklub 4. Ah, da müssen wir jetzt hin. Okay, dann bleibe ich jetzt erstmal hier. Wir könnten uns eigentlich das, äh, noch diese Liste mit den Büchern holen, oder? Weil das ist auch direkt hier. Buchklub 4, das markiere ich einfach mal. Beim Mitnehmen kann ich die Mission, ja. Doch, wie sie dann wirklich noch macht, das weiß ich gar nicht. Obwohl es eigentlich schon ganz gechillt ist, die Mission. Also, auch halt, die Kuri-Missionen sind eigentlich auch ganz geil. Da muss ich immer nur irgendwo hinrennen, das war es eigentlich schon. Okay, warte mal. Stimmt, wir müssen wieder da nach oben. Und ja, die Buchklub-Missionen halt, wie gesagt, doch. Ich muss sagen, Aiden, ich habe Albert lange nicht mehr so glücklich gesehen. Vielen Dank für deine Arbeit. Hier ist eine Liste für deine nächste Büchersuche. Ich habe unsere Gespräche sehr genossen. Aber ich reiße das Gespräch so schnell an mich. Gibt es irgendwas, was du mich fragen möchtest? Eine Sache würde ich aber doch gerne wissen. Wunderbar. Was möchtest du wissen? Ich weiß ja, dass du eine Romantikerin bist, aber wie denkst du über Themen wie Wissenschaft? Eine interessante Frage. Hoffentlich wird meine Antwort ihr gerecht. Wobei deine Frage klingt, als seien dies völlig verschiedene Enden eines Spektrums. Für mich aber liegen diese Ideen eng beieinander. Ob es Wissenschaft oder Romantik ist, die Antworten auf Fragen sind oft qualifizierte Vermutungen auf Grundlage von Beobachtungen. Aus einem anderen Blickwinkel führen dieselben Informationen zu anderen Antworten. Die Sonne beispielsweise war einst ein flammender Gott, der sich mit verbesserten Beobachtungswerkzeugen als brennende Gaskugel entpuppte. Wie stehst du zur Wissenschaft? Besonders angesichts ihrer Rolle bei unserem aktuellen Chaos. Wissenschaft ist nur ein Werkzeug, wie ein Hammer. Man kann sie nutzen, um ein Haus zu bauen oder um sie in einem Schädel zu versenken. Ein anschauliches, aber effektives Beispiel. Hoffentlich werden wir mehr Häuser und weniger von dem anderen sehen. Komm bald wieder, damit wir nochmal quatschen können. Natürlich, ich freue mich schon drauf. Okay. Also fünf Bücher müssen wir insgesamt holen. Und da würde ich sagen, wir... ...reden doch mit Matt. Okay, der ist da oben irgendwo. Ihre Nachricht kommt jetzt offenbar laut und deutlich durch. Ich schulde Ihnen was, Aiden. Wirklich. Unsere Worte werden jetzt alle erreichen. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Doch können Sie. Ganz einfach, die GRI-Äztin. Natürlich. Gleich auf den Punkt, wie? Wie ein Bolzenpfeil. Es ist echt ein Jammer, dass Roe und die Jungs nie sehen werden, was sie erreicht haben. Dennoch. Die Aufklärungskampagne funktioniert. Und was ist das absolut zentrale Element einer Aufklärungskampagne? Äh... Äh... Botschaft? Die Botschaft ist ein Teil des Erfolgs. Nur ein Teil? Das Wichtigste ist... Na, nun sagen Sie schon. Die Reichweite. Die Reichweite? Was bringen gute Neuigkeiten, wenn sie keiner hören kann? Ha, Sie wollen mir erzählen, dass es nicht genug Menschen gibt, die ihre tollen Neuigkeiten hören. Und deshalb brauche ich Ihre Hilfe nur noch einmal, Aiden. Was? Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Jetzt sind Sie an der Reihe. Es ist offenbar schwerer, als ich gedacht habe. Matt? Nein. Haben Sie eine Ahnung, wie schwer das da draußen war? Ich weiß. Wir wissen Ihre Bemühungen alle zu schätzen, aber der Arzt, von dem ich Ihnen erzählt habe, versteckt sich. Und genau deswegen suchen Sie ja nach ihm, oder? Um ihn zu finden. Matt, ich habe Ihre ganze Propaganda... Entschuldigung, Aufklärungskampagne erst in Schwung gebracht. Und Sie schaffen es nicht einmal, einen einzigen Menschen für mich zu finden? Vor zwei Tagen dachten wir, wir hätten eine Spur. Aber das war eine Sackgasse. Jack, das ist mir scheißegal. Das dauert mir zu lange. Sie haben es versprochen. Ich weiß, mein Sohn. Und ich habe vor, mein Versprechen zu halten. Über unseren Rundfunk können wir Informationen senden. Wir wenden uns an jeden. Jeden! Ich werde persönlich jeden, der sich uns anschließen will, nach diesem Arzt fragen. Ich bitte Sie nur darum, mir dabei zu helfen, das Signal zu verstärken, sodass es mehr Menschen erreicht. So wird auch die Suche einfacher. Scheiße, Matt! So sollte das eigentlich nicht laufen. Ich weiß, ich weiß, mein Sohn. Aber Sie sehen doch, wir verfolgen das gleiche Ziel. Sagen Sie mir einfach, was ich tun muss. Vielen Dank, Aiden. Da befinden sich die Antennen. Wir müssen sie auf unsere Frequenz einstellen. Aber danach gibt es keine weiteren Gefallen mehr, Jack. Die erste Antenne befindet sich auf dem höchsten Bürogebäude in The Wharf. In der Nähe des Parks, direkt südlich der Marsh & Lane. Viel Glück. Okay. Zur ersten Antenne gibt es noch mehr. Okay, warte, wo wir noch müssen wir da hin? Ah, okay, hier. Okay. Ich weiß auch gar nicht, was wir dann in der nächsten Folge direkt machen. Weil ich meine, die Storms ist eigentlich am nächsten. Okay, das ist das hier. Warte mal, was ist das hier? Ah, das ist, okay, das ist die Mission. Okay, aber gut, dazu dann würde ich sagen, das ist jetzt erstmal mit der Folge. Ich hoffe, ich habe euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020